Musik Vor einigen Jahren erlebte ich einen Gottesdienst, in dem der Pastor eine Geschichte erzählte, eine kleine Geschichte. Aber diese Geschichte hat mich wirklich geprägt. Er nannte sie die Geschichte vom alten Chinesen. Ein alter Chinese hatte einen Sohn und ein Pferd. Eines Tages geschah es, dass das Pferd entlief. Es war weg. Und die Nachbarn kamen und haben geklagt und haben gejammert und haben ihm bemitleidet. Und irgendwann hatte der alte Chinese genug und dachte, Moment mal, ob das jetzt alles so negativ ist oder ob es nicht so negativ ist, das warten wir erst mal ab. Interessante Sichtweise, nicht wahr? Aber am nächsten Tag kam das Pferd zurück. Es hatte sich eine Wildpferdherde angeschlossen und es brachte diese kleine Wildpferdherde mit sich. Und die ganzen Wildpferde liefen in dieses Gatter und sie machten das Gatter zu. Und auf einmal hatte der Bauer statt einem Pferd zehn Pferde. Und wieder kamen die Nachbarn und sie beglückwünschten ihm. Sie sagten, was für ein Glück, was für ein Segen. Und der Bauer sagte, Moment mal, Moment mal. Ob das jetzt so positiv ist oder ob das nicht ganz so positiv ist, das warten wir erst mal ab. Tags darauf fing der Sohn des Bauers an, die Pferde einzureiten. Und bei einigen klappte es gut, aber irgendwann kam er an ein besonders ungestümes Pferd und es warf ihn im hohen Bogen ab. Und er fiel auf und brach sich das Bein. Wieder kamen die Nachbarn und wieder klagten sie und jammerten sie und bemitleiteten sie den armen Jungen. Und der Bauer sagte, Moment mal, ob das so negativ ist oder ob das vielleicht gar nicht so negativ ist, das warten wir erst mal ab. Und in der Tat, wenige Tage darauf, zog die Armee durchs Land und sie rekrutierten alle jungen Männer. Alle, außer diesem Sohn von den Bauern mit seinem gebrochenen Bein, konnte der, durfte der natürlich zu Hause bleiben. Weißt du, was diese Geschichte mir gesagt hat? Die Dinge, die mir in meinem Leben widerfahren, die kann ich als gut oder als schlecht beurteilen. Das heißt noch lange nicht, dass die gut oder schlecht tatsächlich sind. Eigentlich kann ich erst, wenn ich zurückblicke, die Dinge wirklich beurteilen. Eigentlich kann ich das, was mir momentan im Leben geschieht, aus dem jetzigen Erleben heraus gar nicht wirklich beurteilen. Das liest du auch im Alten Testament. Immer wieder findest du Fälle, wo Leute durch Schwierigkeiten gegangen sind, die letztlich dazu geführt haben, dass sie in ihre Position hineingekommen sind, dass sie in den Segen Gottes hineingekommen sind. Stell es dir so vor, wie ein Tal, durch das du gehen musst, um auf die Höhe zu kommen. Du kannst nicht drüber springen über das Tal, einfach so und auf die Höhe kommst, sondern du musst es durchschreiten. Ohne das Tal kommst du nicht auf deine Höhe. Aber wenn du auf der Höhe bist, kannst du sagen, letztlich war das Tal gut, denn sonst wäre ich nicht hier, wo ich bin. Und ich glaube, dass das viele Menschen betrifft. Uns passiert irgendwas im Leben und sofort fangen wir an, es als negativ oder schwierig oder auch gut zu beurteilen. Tu das nicht. Sei weise und beurteile die Dinge erst dann, wenn sie wirklich durch sind. Beurteile sie erst dann, wenn sie passiert sind. Wenn du im Rückblick sehen kannst, ob etwas wirklich gut oder wirklich schlecht war. Ich glaube, das wird dir helfen, die Dinge, die du momentan in deinem Leben erlebst, wirklich in der richtigen Weise zu sehen. Vertraue dem Herrn, dass er es gut macht. Vertraue ihm, dass er dich durch die Dinge, durch die du momentan gehst, hineinbringt in das, was er für dich hat. Vertraue ihm, dass er mehr für dich hat. Vertraue ihm, dass er mehr für dich hat.